Kleine Info am Anfang, ich habe in meinen YouTube Analytics gesehen, dass knapp 65% von euch da draußen meine Videos schauen, die nicht abonniert haben. Deswegen bitte ich euch da draußen, liebe Leute, ein bisschen Support wäre mega nice. Ein kostenloses Abo dazulassen würde mich auf jeden Fall mega supporten. Jetzt geht's los mit dem Video. Was geht ab meine Überlebenskünstler und willkommen zurück zu einer weiteren DayZ-Folge. Wir sind heute wieder auf einem PvP-Server unterwegs und zwar auf dem German RZ-Server. In dieser Folge haben wir ein absolutes Sahnestück an Back. Neues Grüße gehen da an der Stelle nochmal raus. Und wir wurden von einem Sniper in der Zeltstadt angesnipet. Meine Mates sind draufgegangen, ich hatte noch überlebt. Wie das ausgeht, werdet ihr sehen. Vorerst möchte ich euch aber noch ganz kurz einen kleinen Clip einblenden. Da habe ich die Nacht in einer Werkstatt verbracht und ich habe einen weggeaimt. Und ich glaube, seine zwei Mates haben mir dann den Gnadenschuss gegeben. Deswegen bin ich wieder oben im Norden an den Baracken und loote mich fertig und laufe zu meinen Mates. Warte mal, davon habe ich einen, ja. Soll ich einen mitbringen? Äh, wäre ein nice, ja. Okay, habe ich. Soll ich in deine Richtung kommen? Äh, wenn du in der Nähe bist? Ich bin bei Bunker 18. Oh ja, wer hast du eigentlich? Ich habe noch ein Nachtsichtsgerät. Also Aslan, jetzt haben wir alle, jetzt haben wir alle Dinger. Ach, scheiße. Und ich habe fünf, äh, M4-Magazine. Fünf, by the way. Gut, ich habe eine M4, aber ohne Magazin. Hey, was geht ab? Nein, auf mich wird geschossen. Hart geschossen. Hat er sich gekeilt? Nein, noch nicht. Komm, so ein, so ein Zelt rein. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Wo bist du, Hade? Ich bin immer noch im Norden jetzt. Ich habe hier noch zu Ende gelootet. Ich muss mich kurz bandagieren. Holy shit. Aber ich habe ihm die Ehre genommen. Der liegt jetzt hier. Ich teaback den, warte ganz kurz. Das wäre cool, wenn er bloß bewusst ist, wer. Ne, der ist, der ist dead. Und ich habe seinen Helm. Ich laufe gerade, look, entgegen. Ähm, kennst du oben die Baracken? Außer wir chillen hier oben im Prison, wenn ihr es schafft. Wenn nicht, renne ich euch im Wald entgegen. Wie bin ich beim Prison? Aber im Norden. Da komme ich gerade nicht. Da auf die Straße, gerade. Dann, neben diesem Prison ist doch ein Gerüst, oder? Hm, ja, da ist, da ist so ein Turm, ist da. Ich komme jetzt rein. Bist du unten? Ah, warte mal, warte mal. Bist du da oben drauf, oder was? Warte, ich bin hier unten am Zelt. Ah ja, du hast zugemacht, ne? Ich habe jetzt die Tür zugemacht. Ja, perfekt. Ich komme rein, warte. Da unten lag noch eine M4. Hallo. Alles mal da. Hier, guck mal, was ich für dich habe. Aslan und ich haben hier dann im Prison auf einen guten Noise gewartet, damit wir natürlich zu dritt in Richtung Zeltstadt starten können. Aslan, guck mal rechts. Wir müssen durch den Zahn durch. Hinter euch, glaubst du das? Nee, ist das. Ach, das ist okay. Warte, ganz kurz, Jungs. Ich weiß, Hammer-Timing. Aber meiner hat Hunger. Meine auch. Ihr wisst, ohne Mampf kein Kampf. Ich drück mit einer Pflaume. Moment. Aslan hat bestimmt auch Hunger. Komm her, mein Freund. Ich fütter dich. Ich mach mir nochmal schnell eine Dose auf. Mach full. Perfekt. Ja, wieso kann ich das nicht? Ah, ja. Ja, weiter. Ich komm auf sein Rücken aus. Ich komm nicht mal auf sein Rücken. Warte mal. Ich hab wirklich keine Ausdauer. Ich sag einfach mal, sie vorbei. Verdammt, jetzt geht's eh nicht mehr. Okay, du hast gewonnen. Warte, ne? Da vorne ist Noise. Ähm, macht mir irgendein Emote. Scheiße, Noise, was ist mit deiner Hand los? Warte mal, ich muss. Guck mal. Was macht dein Charakter da? Oh mein Gott. Hier. Guck mal, guck mal seine Hand an. Guck mal seine Hand an. Ich seh das nicht. Mach mal ein Screenshot. Warte mal. Das ist so gut. Aslan, Aslan, warum zeigst du immer noch? Daumen hoch. Scheiße. Was ist mit deiner Hand los? Ach, liebe Leute. Daisy kann einfach jemanden zum Weinen bringen. Vor Freude. Was macht der Charakter da? Okay, kommt, Leute. Jetzt auf die Zeit. Jetzt aber. Jetzt bist du in den Tod. Harekiri. Ah ja, den seh ich. Den seh ich. Den seh ich. Ein Hit. Die sind da jetzt hinter den Tannen. Vorsicht. Seht ihr die noch? Nein. Ah doch, da läuft noch einer. Ja. Scheiße, ich seh den nicht mehr. Ja, nicht mehr. Ah doch, ganz rechts, ganz rechts ist noch einer. Jo. Hab ihn. Nice. Das bist schon du da, oder? Ja. Ja, nice. Sehr cool, aber der war nicht alleine, ne? Nee. Deswegen. Mal kurz aufpassen, dass wir hier noch gepusht werden. Aber hier muss safe noch einer drüben sein. Ich hab auf jeden Fall einen, so... Äh, da ist noch, einem Wald. Oder seid ihr das? Nee, nee, wir sind jetzt grad hier drüben. Ah, da hinten ist einer. Ein... Ja. Ja, der hat eine Tarn mitzaufe, ne? Na, komplett. Gilly. War dann komplett? Ich hab nur seinen Kopf gesehen. Wo schießt ihr hin? Ähm, links. Links... Äh, linke Seite vom Z... Also die linken Seite vom Zelt. Aber der Container auch ist. Ah, jajaja, okay. Ich pushe mal kurz vor zu dem Double-Dinger. Zu dem Tarn Tower. Wow, wer schießt da? Schüsse auf mich. Das waren Schüsse auf mich. Ah, von wo? Direkt hier vor mir. Oh, der ist hier denn nicht. Der ist direkt hier rechts. Vorsicht, der piekt jetzt gleich. Ja, der piekt. Der piekt, der piekt. Wow. Hab ihn. Nice. Sehr schön. Oh, der pusht schon weiter. Was hat der denn so schönes? Und auf den habt ihr gerade eben geschossen, oder? Nein, nein, nein. Okay, dann ist da vielleicht bei den Sandbags noch einer. Hier, hier, hier. Bei mir, bei mir, bei mir. Ah, das ist ein Bambi. Nein. Vorsicht. Waldlichtung. Waldlichtung. Ich denke, seht ihr die zwei Sandbags mauern? Da, dahinter in der Waldlichtung. Scheiße, ich sehe den nicht. Genau dort an dem Busch. Dort in der Waldlichtung sitzt er. Ja, ich sehe ihn laufen. Ich sehe ihn laufen. Der hockt da oben. Da, wo ich erschossen wollte, was? Ja, nein, nicht wirklich. Siehst du da, wo ich gerade hinspotte? Ja. Genau da vorne. Da ist so ein... Warten wir mal kurz gucken. Da ist in orange Büsche und oben an den Tannen. Da ist er. Der hat mir einen Headshot gegeben. Hier, nimmt mal meinen Stub. Wo bist du? Ja, ich hab den knapp verziert und direkt trifft mich mit einem Headshot. Ich bin im Zelt hinter euch. Im Zelt. Ist aber tot, ne? Soll ich versuchen von hinten anzugreifen? Ah, ich hab ihn gesehen. Schade. Ich glaub nicht, dass der noch dort ist. Achte auf meinen Schuss wechsel. Ich bleib dir überrascht. Ich glaub, ich weiß, wo der ist. Ich glaub, der muss... Der sitzt nicht mehr dort, wo er vorher war. Das definitiv nicht. Der muss weiter nach links gepusht sein. Der schießt jetzt irgendwo hier raus. Oh, scheiße. Okay, ich muss gucken, dass ich da rüberkomme. Der Arsch, der schießt auf mich. Ich seh nicht vom Wohle. Ich komm jetzt als gleiches Komplett-Ghillie zurück. Komplett bin ich es schaffen, um einen Helm zu finden. Ich versuch ihn grad zu spotten. Ah, ey. Mich hat er abgeschossen, hast du gesehen? Ich hör's, ich hör's. Ich hör auch, woher der Rauch... Oder ich seh, wo der Rauch herkommt. Aber der Sniper-Schuss kam nicht von da. Nein, der hat mich mit einem Sturmgewehr. Der hat mich... In der LR oder so, keine Ahnung. Der versteckt sich gut, der hat mich von hinten erwischt. Der liegt neben so einem Busch. Genau wo ich die Straße überqueren wollte. Da hat er mich hier erschossen. Da hat er mich erschossen. Ich seh ihn. Ich renn ihm hinterher. Der entkommt mir nicht mehr nochmal. Ich weiß nicht, ob er umgefallen ist. Ah ja, der ist umgefallen. Der ist umgefallen. Hier liegt er. Ich hab ihn. Nice. So sieht das aus, wenn man meine Teammates killt. Arsch. Nice, perfekt. Ich wollte mein Nachtlichtgewicht gerne noch wieder haben. Der hatte nichts besonderes. Der hatte halt die Tuntra, ne? Mit Mun. Und die scheppert natürlich, One-Shot. Ja. Wo genau seid ihr denn jetzt? Wir sind in einem Bunker drin, wo wir von oben drin waren. Ah, okay. Perfekt. Ich lauf zu euch. Ich bin jetzt bei der Baracke. Jetzt gleich bin ich beim Piano. Wir sind bei der Baracke. Ah, okay. Ihr seid drin? Ja. Okay, ich komm rein. Ich komm rein. Ich seh euch. Oh, ich nehm mir die K. Nachdem ich die zwei dann in den Baracken wieder angetroffen habe, wurde ich von einem Sniper oben am Bunker erschossen. Er war schneller wie ich. Nichtsdestotrotz, ich lute weiter und laufe wieder in Richtung zu den zwei. Ich hab den hart getroffen. Da hat er sich verzogen. Jetzt weiß ich nicht mehr, von wo er erschießt. Ah, shit. Das ist ein richtiger DayZ-Moment. Da ist einer vor mir. Ich bin, ich, ich überquere jetzt gleich die Straße. Ich, ich sehe jetzt schon, ich sehe jetzt schon die eine Baracke. Hast du eine Bewaffnung? Ja, ja, ich bin, ich bin full. Ich bin in so einer Doppelbaracke. Also in so einem Haus. Da ist gerade unten einer reingelaufen bei dir. Glaube ich. Ich laufe gerade weg. Boah, ich wurde gerade Sandwich genommen. Wo bist du denn? Ich bin an der Baracke, an der ersten an der Straße. An der Straße? Ich komme mal kurz auf die Straße, ne? Ja. Busch mal rüber. Ich sehe dich noch nicht. Ich hab einen Gini-Helm. Ah, ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich muss aufpassen, hier auf der linken Seite. Da war gerade eben noch keiner. Hier liegen auch überall Tote rum. Kommst du da? Ja, das bin ich, das bin ich. Gut. Im Anschluss wollten wir dann auch wieder in Richtung Tower und Tech-Gebäude rennen. Leider haben wir festgestellt, dass kaum noch welche auf dem Server sind. Gut, um ehrlich zu sein, es war auch 3 Uhr morgens und es ist natürlich ein deutscher Server. Von daher haben wir keine Spieler mehr angetroffen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Cut für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, ein Däumchen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt mir ein Däumchen nach unten. Abonniert den Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Und in diesem Sinne, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal.